Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute Werkstattbesuch und zwar habe ich ja am Freitag schon ein Video gemacht zum Thema Reifen und da war auch schon viel mal geschrieben, hier Uwe macht die Reifen neu. Klar mache ich die Reifen neu, ist ja klar. Sicherheit geht vor und jetzt muss noch wenig mal Zeit, dass wir die jetzt runterschmeißen. Das machen wir heute. Reifen sind auch ganz schnell gekommen, muss ich sagen, innerhalb von zwei Tagen waren die da. Ganz schnell jetzt geliefert und gibt es nichts daran auszusetzen an den Reifen. Ich zeige euch die jetzt auch gleich noch, genau die Reifen, die wir jetzt drauf gemacht haben und das machen wir also heute. Reifen neu, Ölwechsel machen wir neu, auch noch für die Fahrt nach Ushbata herunter, Filter neu ist klar und wenn möglich auch noch mal meinen Schweif mal blicken lassen von unten, wie der Wagen von unten aussieht, mache ich auch ganz gerne. In der Selbstkontrolle, Typ macht da hier ja sowieso nichts und das werden wir heute mal machen. Ja, Reifen, ich zeige es dir jetzt mal, was das für Reifen sind. Guckst du. So Kinder, da liegen sie schon drin, eins, zwei, drei, ins Auto gleich reingepackt, kam innerhalb von zwei Tagen, das muss ich wirklich. Die sagen, also das war jetzt wirklich, wirklich schnell, muss ich sagen. Razzifazzi waren die da. Das Wichtigste ist jetzt natürlich hier, Dot Nummer, Dot 1924. 1924, das heißt Ende April. 4, 8, 12, 16, April, 16, dritte Woche Mai. Die sind ja gerade eben runter, die sind ja gerade frisch aus der Presse raus, ehrlich du. Die sind gerade frisch aus der Presse, ja, leck mich doch am Dingens hier. Also ganz frisch, ganz frisch, Profil, klar, so wie auf dem Foto, richtig, das immer außen ist klar, das innen immer, die kleine Hälfte innen und fertig. Fertig, also, das hat gut geklappt, Preis war klar, 14.000, 10.470 war das. M&S haben sie immer, hier, immer drauf, ne. Ist aber natürlich jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass es Winterreifen sind, ne, ist klar, ne. Winterreifen ist nur hier original mit dem Schneestern drauf, ne. So, also, gut, passt alles. Was hatten wir noch, Tragfähigkeit. Also, Tragfähigkeit, 114, was war das, 1180 Kilo. Tragfähigkeit, V-Reifen, V-Reifen sind 240 kmh, ist natürlich Blödsinn in Thailand, braucht ja kein Mensch, ne, ist klar. Äh, 120 Höchstgeschwindigkeit in Thailand, aber, ja, hier M&S, das ist natürlich auch so ein internationales Zeichen, da, ne. Kannst du überall fahren, heißt es dann, also, Allwetterreifen kannst du dann überall fahren. Hat also nichts mit Winterreifen zu tun, Winterreifen ist dieses Stern-Schnitzeichen drauf, ne. Aber, sonst hat das hier nichts zum bedeuten. Siehst ja, der hat ja noch keine Lamellen drauf, hat er auch nicht drauf. Lamellen hat er keine drauf. Haben alle gemerkt schon, natürlich. Wesentlich weicher als der, die wir sonst drauf haben, ne. Guck, der alte Dunlop, der hat das auch drauf, hier. M&S, da haben sie alle drauf, hier, ne. Der hat sogar weniger Tragkraft und weniger Höchstgeschwindigkeit. Dunlop. Na ja, gut, also M&S ist hier immer drauf. Gut. Termin brauchst du hier keinen, ist klar, ne. Also, Thailand mit Termin ist eigentlich nicht üblich. Kommst hier normalerweise gleich dran. Heute haben wir zwei Stück noch vor uns. Müssen also doch noch ein wenig Wackten hier. Aber nicht so wie Deutschland hier. Termin machen beim ATU oder Wackgel, ihr Blödsinn. Hier kommst du her, hockst sie noch, Wartesack, Schwinderleih und dann kommst du dran. Öl, was war hier, fünf Liter, sechs Liter waren, ne. Sechs Liter Öl, 1050 Watt, sechs Liter Öl. Viel sind noch dabei. Und, ja, dann Reifenwechsel, mal gucken, was der kostet hier, ne. Kostet hier, steckt nur so 2000 Watt wieder oder was. So, preis für die vier Reifen zusammen war 10.400 Watt mit Ersand. Falsch auch nix zu sagen, das passt dann schon. 18 Zoll Reifen, ne. 2,65, äh, 60, 18, ja. Passt dafür dann, ne. Also solche Sachen sind in Thailand eigentlich recht günstig, ne. Und auch, äh, sind thailändische Reifen, ne. Sind Thailänder und, äh, nix irgendwie von China oder was, ne. Ach, kommt er doch schon, ja. Oh, ich hab auch schon ganz gesehen, ja. Er hat schon gleich Auto reingerollt. Und, thailändische Unternehmen unterstützen, gell. Wir müssen ja keine noch aus China unterstützen hier. Das muss ja auch nicht sein, ne, dass wir dann hier, äh, die Thailänder unterstützen. Besser ist das ja, machen wir so. So, runter mit der alten Pelle hier. Zack, zack, zügig. Es sollten normalerweise Ventile verbassen, nein. Bei der Lieferung. Auch keine Ventile drin. Die waren ja alle gut eingepackt. Denken, wo waren die jetzt runter? Weiß dem, Plastik oder was, ne? Nö. War nix runter. Egal. Egal. Muscht halt trotzdem neue machen. Das wird auch viel weiß, dass die Ventile... Oh, pardon. Oh, pardon. Wird immer ausgetauscht, ne? Ja. Mischlich. Ventile neu. Also, da finde ich ja dabei waren. Na ja, also 50 Watt Eimer Ventile hier. Mistig. Und sonst? Wie sieht er aus? Fanzale. Ja, geht, geht, geht. Bremsen haben wir das letzte Mal neu jetzt gemacht. Bremsen neu. Bremsen haben wir das letzte Mal schon geschehen, weil ich dachte, die Gummis zu langsam kommen hier. Na ja, ist doch kein Bock hier, ist doch kein Rost oder was, ne? Geet, geet, geet. Aber die Gummis kommen, ne? Na ja, guck da, ne? Kommt da. Stabilisator kommt da. Warte auf, hier. Warte mal, bitte. Stabilisator Gummi. Demnächst in diesem Theater, ich will schon mal die Vortagsammer machen, ja. Komm, machen wir mal einen Blick nach unten hier, wie es hier aussieht, wie es hier aussieht. Bremsleitung. Ja, hier, Bremsleitung, 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 Bremsleitung. Ich muss mal auch putzen oben hier. Karre sieht aus wie hier, wie ist da gar nichts mehr hier. Also, alles. Sauber. 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 Elf Jahre alt, ne? Die Kinder. Elf Jahre. Der Panzer hier. Elf Jahre. Passt. Der Panzer hier. Der Panzer hier. Ein bisschen sabbernd. Hier haben wir gesagt, dass wir hier nicht machen. Wir haben hier einen Öltropfen, den wir hier machen können. Irgendwas schmeißt er raus, da sind wir tolerant hier in Thailand. Da haben wir mal einen Öltropfen hier. Ja, das Problem ist dann hier eigentlich nur, dass wir hier den Traggelenk unten und den Traggelenk oben, dass wir das mal checken hier noch. Die Gummi hier sehen eigentlich noch gut aus, da. Also beim Fahren merkt man nichts davon. Eigentlich wird dann jetzt hier nur vom... Oh, verdammt, die von alleine. Spurstange hier. Der hat aber auch noch den Lenkungskopf. Der Rest eigentlich war... Elf Jahre Kinder, da waren mal die Gummis kommen hier. So ist das ja auch nicht. Kommt alles mal, die Gummis. Oh, ich sehe gerade, haben sie richtig gemacht hier. Der gelbe Punktsack da ist am leichtesten. Dann kommt das beim Ventil hin. Und der rote Punktsack da ist am schwersten vom Leifen. Ab Werk schon. Dann halt ausrufen. Und dann passt das Ganze. Und dann passt das Ganze. Oh, wenig. 25 Gramm. Wenig. Und nun, da. Okay. Erstmal sind alle vier, das ist klar. Also runter. Mit Gas. Zumut reich. Nicht schlecht. Muss man da nicht schlecht sagen. Die Reifen sind schon mal nicht so unwichtig von sich aus. Bei der Größe vor allem. Okay. Also ich habe schon vor, den Wagen jetzt länger zu fahren. Der soll also nicht nach einem Jahr verkauft werden. Ich bin mit dem Wagen zufrieden, muss ich echt sagen. Zuverlässigste Auto, was ich jemals gefahren habe. Top Auto. Das hat eigentlich nichts mit zu tun, außer Verschleißteile. Wir hatten eigentlich mit dem Wagen noch keine richtige Störung gehabt. Der ist eigentlich immer jetzt gefahren. Eigentlich immer gefahren, muss ich sagen. Einmal war mit dem Dieselfilter, Kraftstofffilter. Der haben wir aber auch getankt hier an so einer Dorftankstelle. Und der Tank war auch schon wirklich ratzeputz leer. Da haben wir mal in Not jetzt getankt. Und da war der Dieselfilter zu. Der fing halt zu ruckeln, war ihm mit beschleunigen. Aber sonst habe ich mit dem Wagen noch nichts gehabt. Und wir haben den jetzt, lasst mich überlegen. Knappe 80.000 haben wir den jetzt selber schon jetzt gefahren. 80.000 Kilometer. Einwandfrei. Sehr mitzutfrieden. Gibt es nichts zu meckern da. Klimawetzanlage, das war ja auch mal, dass die nicht mehr gekühlt hat. Aber da gibt es auch schon ein Video von. Kommt natürlich auch. Das sind Sachen, die im Alter natürlich kommen. Von wegen hier mit Verschleiß. Von dem Kondensator. Das kommt. Solche Sachen kommen im Alter natürlich. Aber dass ich deswegen jetzt sage, ich schmeiße das Auto jetzt weg und kaufe mir jetzt einen Ford Ranger oder was. Oder einen Dodge Ram. Natürlich noch am allerbesten hier. Erstmal kein Geld im Sack dafür. Schon mal klar. Und ich sehe es mir ein. Das Auto ist wirklich einwandfrei. Zügig muss ich sagen mit dem Turbo. 2,5 Liter Turbo Diesel. Absolut zügig. Und es reicht für in Thailand allemal. Sag ich mal so. Zum Überholen reicht es mal. Also. Einfache Technik. Ihr habt es gesehen. Hinten hat er starren Achse drauf. Blattfedern dran. Hält tausend Jahre. Vorderachse. Ich merke nichts beim Fahren. Ich sage also. Ich merke davon nichts. Dass da was poltert oder was. Merke davon noch gar nichts. Aber ich habe es ja letztens auch schon gesehen, dass die jetzt Gummis kommen. Und natürlich wenn die jetzt Gummis gerissen sind. Kommt Feuchtigkeit rein. Kommt Schmutz rein. Und dann gehen die Gelenke kaputt. Früher oder später gehen sie kaputt. Also du kommst nicht drum zu. Du musst sie mal austauschen. Bleibt hier keine andere Möglichkeit. Du musst sie mal austauschen. Oder du kannst warten bis es anfängt zu poltern. Kann auch sein. Oder bis abreißt. Du kannst es auch machen. Tut aber jetzt nicht Not. Und jetzt guckst du gleich mal nach was Teile kosten. Ich sagte glaube ich Traggelenk oben. 1500 Watt. Mit Arbeitslohn. Machen wir in Deutschland. Traggelenk oben. Mit Material. Traggelenk oben. Das sind 25. Das sind... 40 Euro. Noch nicht mal 40 Euro. Traggelenk tauschen. Passt oder? Von daher. Gleich nochmal gucken hier. Was wir da noch finden. Was wir dann da austauschen müssen. Und dann machen wir das demnächst. Oder nächstes Mal. Kommt dann auch noch. Okay. Gas für die Reifen. Nitrogen. Nitrogen. Sicherer Druck. Ja. Wird nicht so schnell entweichen. Wie richtige Luft. Aber kannst dann halt nur hier wieder auffüllen. Kannst das jetzt nicht zwischendurch mal irgendwie mal prüfen oder was. Ja gut würde vielleicht auch entfallen. Weil der Druck nicht so schnell entweicht. Aber bei den Temperaturen hier. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Lieber selber mal rüfen. Dann passt es. Was es hier kostet weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe gar nicht nachgefragt. Wollte ich jetzt nicht drauf machen. Wollte ich jetzt nicht drauf machen. Knack. 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 So muss das sein kindern. Knack. 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 Ah, geil. Guter Typing-Mechaniker hat den Drehmoment im Handgelenk. Knack, 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 knack. 125 Newtonmeter. Knack, knack, einwandfrei. So muss das sein, Kinder. Jetzt Rechnung bitte. Er war doch, anderthalb Stunden war er doch jetzt dabei. Zwölf Uhr angefangen, jetzt ist halb zwei, anderthalb Stunden war er dabei. Und jetzt ist die Rechnung. Oh, da ist das Geld dabei. Gib Kredit. Das ist die Reifen runter machen, Reifen runter, Reifen drauf machen. 320 Watt für vier Stück, das Reifen wuchten. 150 für einer, Reifen wuchten. Das ist das Öl. 5 Liter oder Watt? Oder 6 Liter. Das sind die Ventile. Vier Stück, 51 Watt. Und das ist der Ölfilter. Also, Ölwechsel ist dann im Preis dann da schon drin. Zusammen waren es dann hier 2300 Watt. Das ist ziemlich genau 60 Euro. Tja, so sieht er aus. Sieht gleich mal 50 kmh im Stand schneller aus, der Wagen hier. So, aber egal, wir werden den jetzt mal fahren und dann mal testen. Ich denke, der hat mir eh zu viel Luft drauf. Egal. Ich weiß ja ungefähr die Preise in Deutschland von meiner Tochter. Die war mit dem Mazda, das hat sie mit dem Mazda 3 Werkstatt gewesen da. Und hat auch hier Ölwechsel machen lassen. Eigentlich nur wird es einen kleinen Service machen lassen, Ölwechsel. Und da war sie ja schon bei 600 Euro oder so, nur für Ölwechsel machen. Eigentlich haben sie nichts weiter daran jetzt gemacht. Also dermaßen teuer. Deswegen können wir uns hier in Thailand über die Preise nicht beklagen. Vom Arbeitslohn her und vom Ölwechsel her und so. Ist das in Ordnung mit 16 Euro, würde ich sagen. Das kann man machen. Und auswuchten ist klar, musste machen. Also, ich würde sagen, das war es für heute. Immer noch denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und tschüssi. Und tschüssi. Und tschüssi. Tschüssi. Ja, wichtig ist jetzt fahren. Ja, müssen wir fahren jetzt. Bei mir. Normalerweise müssen wir es jetzt regnen, dad. Bei mir regnen jetzt und dann könnt ihr gleich mal setzen. Obwohl, wir sind jetzt ja noch neu. Kannst dir jetzt noch nicht richtig sagen. Fahren wir erst mal 50 Kilometer, bis der Schmutz oben runter ist, was wir da an Fliegemittel drauf haben. Dann kannst du erst mal sagen. Also, okay. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.